Tag auch, Glück auf und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid hier auf Königsblau TV. Mein Name ist Kesti und ich bringe euch auf den neuesten Stand bei Schalke 04. Max Grüger hat doch tatsächlich seinen ersten Profi-Vertrag auf Schalke unterschrieben. Und an der Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch. Zwölf Spielzeiten ist der Mann schon bei uns. Zwölf Jahre lang hat er es schon bei uns ausgehalten. Und jetzt der erste Profi-Vertrag im Alter von 19 Jahren. Sehr, sehr geile Geschichte von dieser Stelle. Wie gesagt, nur alles Gute. Und ich habe das Gefühl, dass wir mit Max Grüger wirklich da einen Mann für die Zukunft haben. Denn Max Grüger ist jetzt in der letzten Saison durchaus auch positiv aufgefallen. Als defensiver Mittelfeldspieler in 24 Spielen vier Tore und vier Torvorlagen gebracht. Hat jetzt übrigens einen Vertrag bis 2026 erstmal unterschrieben. Ist eine Sache, finde ich tatsächlich ein bisschen kurz. Allerdings, der Verein kann ja auch nicht wahllos die Vertragsdauer festlegen. Sondern sowas muss verhandelt werden. Und offensichtlich ist man da einfach noch etwas vorsichtiger. Von welcher Seite auch immer. Kann auch von Vereinsseite sein. Auf jeden Fall. Vertrag jetzt erstmal bis 2026. Zwei Jahre bekommen. Ja, Max Grüger ist vor fünf Tagen tatsächlich noch Westfalen-Pokalsieger geworden. Und aktueller U19-Nationalspieler. Ist bei Christian Burns auch gesetzt. Ist jetzt im letzten Spiel wohl nach der Halbzeit ausgewechselt worden. Aber grundsätzlich ein gesetzter U19-Nationalspieler. Und ein Mann, auf den ich mich total freue. Und ich glaube, mehr oder minder auch einer der größten Talente, die wir bei uns in der U19 hatten. Und insofern, ja, wurde es wirklich Zeit, dass der Profi-Vertrag unterschrieben wird. Ich habe die ganze Zeit schon darauf gewartet. Ich habe mir immer gedacht, hey, warum ist der Vertrag noch nicht unterschrieben? Und ich hatte schon etwas Abwanderungssorgen. Allerdings, alles ist gut. Ja, ich kann wieder durchatmen. Max Grüger hat den Profi-Vertrag unterschrieben. Und wird uns auf jeden Fall verstärken in der nächsten Saison. Ja, das ist eine Geschichte, die finde ich gut. Wer hat sonst noch so unterschrieben? Es ist ja ein Kommen und, also das ist ja der Wahnsinn, was wieder los ist. Wir haben Armin Younes tatsächlich jetzt verpflichtet. Armin Younes hat jetzt in den letzten Wochen schon in der U23 mittrainiert. Ist dann irgendwann in den Profikader auch mal berufen worden. Karol Gerrerts wollte sich ganz gerne anschauen, nachdem er gehört hat, dass Armin Younes in der U23 sehr gut performt hat. Er ist ja ehemaliger Nationalspieler. Hat das letzte Jahr tatsächlich keine Minute gespielt. Ist vereinslos gewesen. Vorher war er in Saudi-Arabien bei Al-Etifak. Al-Etifak, ja, genau. Und ja, war auch in Holland bei diversen Vereinen unterwegs. Bei Ajax Amsterdam war er unterwegs. Bei Eintracht Frankfurt natürlich. Daher kennt er auch Ben Manga. Ja, dadurch könnte der Kontakt sehr gut zustande gekommen sein. Details kenne ich da jetzt tatsächlich nicht. Aber das ist einfach so. Warum habe ich das Foto eigentlich genommen? Ich hätte es mal vielleicht von Anfang an sagen sollen. Angeblich ist er wohl mit etwas Übergewicht auch bei der U23 gestartet. Hat sich aber hochgefeitet, hat gekämpft. Hat da top gearbeitet. Und hat wohl jetzt, ja, die Armin Younes Transformation durchgemacht. Keine Ahnung, er will wahrscheinlich ein, zwei Kilo zu viel gehabt haben. Ich wollte einfach nur ein witziges Bild bauen. Und tada, witziges Bild. Ja, das dazu. Armin Younes, ich finde grundsätzlich ein sehr, sehr interessanter Spieler. Er hat natürlich das Potenzial, einer der besten Spieler der zweiten Bundesliga zu sein. Gar keine Frage. Muss es dann natürlich abrufen. Er ist sehr, sehr dankbar dafür, dass er das aktuell machen darf auf Schalke. Ja, das Foto alleine, wo er einen Vertrag unterschreibt. Also da hat er das Leuchten in den Augen. Ich glaube ihm das wirklich, dass er wirklich Bock hat, dass er dankbar ist, dafür jetzt einen Vertrag unterschrieben zu haben. Ja, definitiv. Ich habe ein bisschen kleinen Kritikpunkt noch an Schalke 04. Ich finde, man hätte nicht unbedingt sofort zwei Jahre ihm einen Vertrag geben sollen. Ich glaube ein Jahr und dann mit einer Option, sprich bei einer gewissen Anzahl von Spielen, dass dann automatisch der Vertrag nochmal verlängert wird, wäre auch eine Lösung gewesen, mit der sich beide Parteien durchaus hätten zufrieden geben können. Denn wie gesagt, Younes bekommt jetzt die Chance, kriegt nochmal wieder sein Comeback. Ein Jahr nicht gespielt, kann in seiner näheren Umgebung, bei seiner Familie letztendlich, es kommt wohl ursprünglich aus Düsseldorf, kann einen Vertrag unterschreiben. Aber, ach, was labere ich jetzt eigentlich? Vertrag ist unterschrieben. Der Drops ist gelutscht. Wir haben ihn jetzt auf jeden Fall für zwei Jahre. Und ich hoffe, dass Armin Younes das Beste draus macht und nicht irgendwann auf dumme Gedanken kommt. Warum könnte das überhaupt sein? Er ist jetzt durchaus auch schon das eine oder andere Mal negativ aufgefallen bei vorherigen Vereinen. Dementsprechend bei Ajax Amsterdam hat er sich mal nicht einwechseln lassen wollen. Ja, das darf ihm jetzt natürlich in den nächsten zwei Jahren erstmal nicht passieren. Ja, das wünsche ich mir von Armin Younes, dass der Mann klarkommt, dass der Mann Gas gibt, dass der Mann seine fußballerischen Qualitäten, die er wirklich hat, auf den Platz bringt. Kleiner, querlicher Mann kommt über links außen oder höchstwahrscheinlich wird er über links außen kommen. Kann natürlich auch zentral eingesetzt werden, aber oft über außen unterwegs gewesen in der Vergangenheit. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das gibt. Mittlerweile 30 Jahre alt, Armin Younes und ja, jetzt eben Schalker. Leute, was haltet ihr davon? Schreibt eure Kommentare hier unter das Video. Schreibt auch die Kommentare zu Max Grüger bitte unten unter das Video und ich bin gespannt wie eine Wäscheleine, wie es weitergeht. Haut rein, bis dahin. Ciao.